Komm mit mir. Lass uns Deutsch üben. A, B, C, Deutschland. Faul, fleissig. Tom ist sehr fleissig. Er macht seine Pause nur zur richtigen Zeit. Paul ist im Gegenteil sehr faul und lässt Tom lieber alleine arbeiten. Alt, jung. Der Großvater ist alt und verbringt gerne Zeit am Computer. Die Enkelin ist jung und spielt lieber mit ihren Spielsachen. Altmodisch, modern. Dieses Top ist altmodisch und hässlich. Ich werde es nicht kaufen. Dieses Top ist wirklich modern und es sieht toll aus. Ich werde es kaufen. Angenehm und angenehm. Julia findet den Yoga-Kurs sehr angenehm. Kerstin mag den Yoga-Kurs nicht. Sie findet ihn sehr unangenehm. Breit, schmal. Diese Tafel ist breit. Diese Tafel ist schmal. Dick, dün. Das Mädchen mit dem Helm ist dünn und sehr schnell. Ihre Freundin ist dick, aber auch sehr schnell. Eckig, rund. Diese Ball gehört mir. Der Ball ist rund. Ich spiele gerne mit Würfeln. Diese Würfel ist eckig. Flach, steil. Dieser Berg ist sehr steil, aber ich möchte den Gipfel erreichen. Diese Straße ist flach. Sie ist sogar ideal zum Radfahren, ohne sich zu sehr anzustrengen. Die Apothekerin ist sehr freundlich. Die Apothekerin ist sehr freundlich. Sie erklärt dem Praktikant alles mit großer Geduld. Die Apothekerin ist unfreundlich. Sie hat keine Geduld, dem Praktikant zu unterweisen. Anna und Tom singen glücklich. Sie sind froh, dass Weihnachten endlich kommt. Die kleine Nina ist traurig. Die kleine Nina ist traurig. Ihr ist kalt und sie will endlich nach Hause gehen. gesund, krank. Peter ist krank. Er würde am Magen operiert. Ihre Freundin Linda ist gesund und kümmert sich sehr gut um Peter. groß, klein. Der Elefant ist groß und hat Angst vor Mäusen. die Maus ist klein und isst gerne Käse, gut, böse, das ist gut. Das ist böse, warm, kalt, warm, kalt, Anna und Paul sind im Urlaub, heute ist warm. Heute schneitest. Die Temperatur ist stark gesunken und es ist sehr kalt. hell, dunkel Es ist Tag und es ist hell. Es ist Nacht und es ist dunkel, lang, kurz Sophie trägt lange Hosen, sie sind lang. Mario trägt kurze Hosen, sie sind kurz. Offen, zu Offen, zu Diese Badesimmertür ist offen. Diese Badesimmertür ist zu. Diese Badesimmertür ist zu. Ordentlich, unordentlich. Dieser Raum ist sehr unordentlich. Dieser Raum ist sehr ordentlich. Schnell, langsam. Langsam. Diese Traktor fährt sehr langsam. Das Motorrad ist ein sehr schnelles Fahrzeug. Es fährt sehr schnell. Schön, hässlich. Schön, hässlich. Schwer, leicht. Schön, position, knapp, 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 bumm. Schwer, leicht. arguably vielleicht wird Ihre Einheit dranbleiben. umbergative, zwarßlich. sind schwer, stark, schwach. Dieser Junge ist in Form. Er ist sehr stark. Dieser Junge ist nicht fit. Er ist sehr schwach. Viel, wenig. Diese Blumen sind wunderschön. Dieser Garten hat viele Blumen. Diese Blumen sind auch schön. Dieser Garten hat wenige Blumen. Voll, leer. Tom trinkt sehr gerne einen guten Rotwein. Aber sein Glas ist leer. Minas Glas ist voll. Sie trinkt gerne langsam. Verboten. Erlaubt. Unde sind in diesem Park erlaubt. Der Zutritt von unten in dieses Restaurant ist verboten. Süß, sauer. Dieser Baum ist ein Orangenbaum. Orangen sind süß. Dieser Baum ist ein Zitronenbaum. Die Zitronen sind sauer. Sei Teil dieses Teams. Abonniert meinen Kanal und lass dein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.